Musik Tja, ein Auto müsste man haben. Wenn es zu einem neuen noch nicht langt, warum nicht einen Wagen aus zweiter Hand, einen gebrauchten vom Fachmann? Ein Volkswagen-Händler lässt sich weder vom Zubehör noch von glänzendem Lack blenden. Durch diese Hand gehen täglich sehr viele Autos. Neue und verständlich bei dem großen Umschlag auch sehr viele Gebrauchtwagen. Die prüfen wir mit den modernsten Geräten auf Herz und Nieren. Prüfen genau, ob der Motor und seine Kompression gesund sind. Prüfen die Bremsen, das Getriebe. Prüfen die Lenkung. Die Spur. Prüfen, ob das Licht so in Ordnung ist, dass wir mit bestem Gewissen für die Verkehrssicherheit und die Güte dieses Wagens garantieren können. Wir stehen auch nach dem Kauf zu diesem Auto. Das ist ein Gebrauchtwagen vom Volkswagen-Händler. Ein gepflegtes, preiswertes und wirtschaftliches Automobil. Genau das Richtige für ihn, für Sie, für die ganze Familie. Das ist ein Gebrauchtwagen vom Volkswagen-Händler. 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 Bis zum nächsten Mal.